Jeder liebt es, verwöhnt zu werden und das gilt auch für deine Katze. Wenn du deiner Mieze jeden Tag eine kleine Freude machen möchtest, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie du ihr das Leben verschönern kannst. Hier sind einige einfache und effektive Wege, wie du täglich für Glücksmomente bei deiner Fellnase sorgen kannst. Leckerlis und besondere Snacks Katzen lieben es, verwöhnt zu werden und eine kleine Belohnung kann ihren Tag sofort aufhellen. Nutze qualitativ hochwertige Leckerlis, um deiner Samtpfote eine Freude zu machen. Achte darauf, dass die Snacks gesund sind und nicht zu viel Kalorien haben. Du kannst auch spezielle Treats ausprobieren, wie getrocknete Fischstückchen oder ab und an ein Hühnerherz. Die kann man eingefroren sehr gut aufbewahren. Verwende die Leckerlis entweder als Belohnung, zum Beispiel zum Sitzlernen, oder einfach als kleine Überraschung, um ihr eine tägliche Freude zu bereiten. Zweitens interaktive Spielzeit Nichts bringt deine Mieze mehr zum Strahlen als eine spannende Spielrunde. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um mit deiner Katze zu spielen. Verwende verschiedene Spielzeuge wie Federangeln, Ballspiele oder Spielmäuse, um ihre Jagdinstinkte zu fördern. Interaktive Spielsachen, wie zum Beispiel der Tatzentwister im Knuddel-die-Katz-Shop, der noch ein paar Tage stark reduziert ist, und die die Fellnase geistig und körperlich fordern, halten sie nicht nur beschäftigt, sondern stärken auch eure Bindung. Ein paar Minuten aktives Spiel können wahre Wunder für ihre Stimmung wirken. Drittens gemütliche Rückzugsorte Eine wohlige und sichere Umgebung ist für das Wohlbefinden deiner Katze wichtig. Sorge dafür, dass deine Samtfote dauerhaft Zugang zu einem gemütlichen Rückzugsort hat. Das kann ein weiches Kissen, ein Körbchen oder eine warme Decke sein, die in einem ruhigen Bereich platziert sind. Katzen lieben es, sich zurückzuziehen und zu entspannen, und ein komfortabler Platz gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Viertens Streicheleinheiten und Zuneigung Zeit mit deiner Katze zu verbringen und ihr deine Zuneigung zu zeigen, ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, ihr eine Freude zu machen. Setze dich täglich zu deiner Samtpfote, streichle sie sanft und sprich ruhig mit ihr. Achte auf ihre Vorlieben. Manche Katzen mögen es, am Bauch gekrault zu werden, andere bevorzugen sanfte Streicheleinheiten am Kopf. Die persönliche Zuwendung stärkt nicht nur eure Bindung, sondern sorgt auch für emotionale Zufriedenheit bei deiner Fellnase. 5. Wechselnde Beschäftigung Katzen sind neugierig und lieben es, ihre Umgebung zu erkunden. Halte ihre Sinne aktiv, indem du regelmäßig neue Beschäftigungsangebote bereitstellst. Das können wechselnde Spielzeuge oder kleine Herausforderungen wie Versteckspiele sein. Auch ein gelegentliches Umräumen des Spielbereichs kann für frische Anreize sorgen. Neue Eindrücke und Veränderungen in ihrer Umgebung stimulieren ihre Neugier und machen den Alltag abwechslungsreicher. Aber Vorsicht, übertreib es nicht. Wenn du zu viel umräumst, kann das deine Katze verwirren und sogar eher stressen, als dass es für Abwechslung sorgen würde. Willst du jetzt noch wissen, welche 10 Dinge Katzen mehr hassen als hochgehoben zu werden? Dann klick auf das Bild und seh dir unser Video zu diesem Thema an.